Günther Steiner hat ein Buch geschrieben und darin, wie man es von ihm kennt, kein Blatt vor den Mund genommen. Wir durften bereits vor der Veröffentlichung in Surviving to Drive lesen, dass im Prinzip Steiners Tagebuch der Formel-1-Saison 2022 ist. Wenig überraschend geht es zu einem nicht geringen Teil also auch um Mick Schumacher und dessen zweite Saison beim Haas-Formel-1-Team. Und sagen wir mal so, in seinem Buch lässt Steiner durchblicken, dass ihn Mick im Verlauf des Jahres das ein oder andere Mal zur Verzweiflung getrieben hat. Eine spannende Passage betrifft zum Beispiel das Rennen in Monaco. Nachdem Schumacher bereits zuvor in Saudi-Arabien einen schweren Unfall gehabt hatte, landete er auch beim Klassiker in den Straßen von Monaco wieder in der Leitplanke. Steiner schreibt dazu, Zum Glück kam er unverletzt davon. Das ist natürlich das Wichtigste. Aber es bleibt der Fakt, dass wir eine Reparaturrechnung von fast einer Million Dollar haben. In Saudi-Arabien hatte Schumacher das Auto zuvor im Qualifying schon einmal zerlegt und das Rennen anschließend auslassen müssen. Steiner erklärt kritisch, Wenn ein Fahrer ein Auto in einer Saison nach einem menschlichen Fehler zum ersten Mal zerstört, muss man das abhaken. Wenn es zum zweiten Mal passiert, dann denkt man sich, warte mal, irgendetwas stimmt hier nicht. Steiner verrät, dass ihn Schumachers Unfälle beim Team auch persönlich in Probleme brachten, zumal der Deutsche zu diesem Zeitpunkt noch keinen einzigen WM-Punkt auf dem Konto hatte, Teamkollege Kevin Magnussen dagegen schon 15. Steiner schreibt, Mir gehen die Erklärungen für solche Dinge aus. Der Vorstand wird sagen, Er ist schon wieder gecrashed, Günther? Warum? Was bringt ein gutes Auto, wenn man keine Punkte holt und es zerstört? Was kann ich darauf antworten? Nichts. Schumacher kämpfte damals um einen neuen Vertrag für 2023 und solche Aussagen zeigen, dass er intern wohl bereits früh in der Saison einen extrem schweren Stand hatte. Steiner wird sogar noch deutlicher und schreibt, Ich sage nicht, dass im Team sonst niemand Fehler macht, das tun wir alle. Aber das ist einfach nicht gut genug. Zudem wirft der Teamchef Schumacher vor, den Ernst der Lage nicht zu erkennen und die Unfälle öffentlich einfach abzutun. Steiner dazu, In den folgenden Wochen lief es für Schumacher tatsächlich besser, doch spätestens ein weiterer Trainingscrash in Suzuka dürfte seine Hoffnungen auf einen neuen Vertrag endgültig beendet haben. Laut Steiner kostete auch dieser Unfall wieder 700.000 Dollar. Er schreibt, Ihr solltet das Auto sehen, es ist völlig im Eimer. Noch schlimmer ist, dass es auf der verdammten Inlab passiert ist. Natürlich war es sehr nass auf der Strecke, aber sonst hat es niemand geschafft, ein Auto zu schrotten, während man vorsichtig zurück an die Box gefahren ist. Insgesamt habe Schumacher in nur einem Jahr Schrott im Wert von mehr als 2 Millionen Dollar produziert. Kurz vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi teilte Steiner ihm letztendlich mit, dass er keinen neuen Vertrag für 2023 bekommen würde. Die Entscheidung, ihn durch Nico Hülkenberg zu ersetzen, rechtfertigt er in seinem Buch ebenfalls. Er schreibt, Für die öffentliche Kritik an ihm und dem Team hat er daher wenig Verständnis. Er erinnert daran, dass Schumacher nicht nur viel Kleinholz produziert, sondern auch deutlich weniger Punkte als Teamkollege Magnussen geholt habe. Der Däne brachte es 2022 auf 25 Zähler, Schumacher nur auf 12. Steiner's simples Fazit Wir schulden Mick keinen Platz für das nächste Jahr. Unserer Meinung nach hat er nicht genug getan, um es verdient zu haben, dass wir ihm einen neuen Vertrag anbieten. Übrigens, auch gegen Micks Onkel und TV-Experte Ralf Schumacher, der Steiner im Verlauf des Jahres öffentlich immer wieder kritisiert hatte, schießt der Haas-Teamchef in seinem neuen Buch zurück. Den Bestelllink zu Steiner's Erstlingswerk findet ihr direkt unter diesem Video in der Beschreibung. Wir schicken Sie her zusammen, die Steiner im Verlauf des Jahres goeIA,